Herzlich Willkommen zurück zu Quantum Konundern und das letzte Mal waren wir dabei stehen geblieben über diese Saves hier zu klettern Was sich als schwerer herausstellt als Splitter Ja ja, weil die fallen hier nicht raus, die werden hier einfach so drauf gedrückt Dann kommt so ein Räser Und den lassen wir mal machen Und den auch, gut genommen So, oh fuck, das war scheiße Das war sehr scheiße Ich muss mich beeilen Habe ich das noch schafft? Oh, 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 oh Das wird nichts, das wird nichts Nein, 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 nein Das wird nichts Jetzt bin ich zu hektisch und schaffe es nicht Shit Jetzt kann ich aber die Theorie ausprobieren Dass, wenn der letzte Save über ist und ich drauf stehen, bleibe ich vielleicht zum Secret kommen Das ist doch kacke Bleib da hinten Moment So So. 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 Jetzt ist der Laser, wenigstens weit weg. Eigentlich könnte ich das jetzt nochmal probieren. Ne, das geht nicht. Okay, von hier geht das nicht. Dann versuchen wir die Theorie. Let's das Save, wenn er fährt. Wobei das, glaube ich, sehr unlogisch ist. Und die IDS-Batterie soll auf der anderen Seite sein. Wahrscheinlich eine Fluffy der Menschen. Das finde ich gerade nicht lustig, dass du mir den Save-Downs in den Füßen wegschneiden möchtest. Komm, Leute. Du kriegst mir eh nicht. So. Oh Gott, dieses helle Licht, das ist gerade sehr bestörend. So. So. Flup, flup. Oh Gott. Flup, flup. Ich habe Angst. Ich laufe jetzt nicht mehr kacken. Komm her. Und ich muss auf den letzten drüber schmitten. So. Oh Gott. Wo, 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 wo. Ja. So. Geht der jetzt nochmal hin? Nichts mehr. Ja. Ähm. Das geht, glaube ich, nicht. Ne, das geht auch nicht. Hä? Wie soll das gehen? Wenn der letzte über ist, kann ich da rüber. Das ist die IDS-Batterie. Okay. Mach mal schon mal ein paar kaputt. Ich komme gleich. Bin gleich da. Bin gleich da. So, dankeschön. Lass mal fahren. Weißt du mich, was ihr von mir wollt? Das weiß ich schon mal. Hoffe ich. So. Kein Scheiß. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo zurück. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Aha, wunderbar. Wunderbar. Dankeschön. Bin ich etwas Humanes in diesem Raum. So, dann lass mal reinwerfen. Ganz cool. Sauber. Ähm. Ah, warte, 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 warte. Ich muss wieder dingsen. Oh Gott, das ist voll schwer. Verdammt. Das ist übel schwer. Fängt vorne an, oder? Das ist echt schwer. Moment. Das muss ich echt überlegen. Gott. Hallo. Ich kann mir den dazwischendurch noch verlangsamen eigentlich. Das wäre eigentlich auch eine Maßnahme. Boom, boom, boom. Wo fängt der Laser an? Da drüüüüüüben. Da drüüüüüben sollst du mal schön heilen lassen. Da machst du einen kaputt. Da machst du einen kaputt. Und da machst du einen kaputt. Da machst du einen kaputt. Ach, verdammt. Das ist so schwer. Ich finde das schwer. Ich finde das extrem schwer. So, da einen kaputt machen. Äh, da machst du mir bitte auch einen kaputt. Da müssen zwei stehen. Da drei, da vier, da fünf. So. Und die lässt du mir jetzt heile. Na, verkackt. Da habe ich verkackt. Müsste aber auch mit vier gehen. Müssen wir ausprobieren. Da lasse ich mir mal zwei kaputt machen hier. Ach. Eins. Zwei. Da machen wir noch einen kaputt jetzt. Nein, der hört da auf. Das ist scheiße. Ach, Leute. Das ist voll, voll, voll schwer. Ich würde sagen, ich brauche vier Stück auf jeden Fall drüben. Also kann er die erste Runde ruhig mal durchflitzen. Okay. Jetzt durch. Zack, 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 zack. Und den da war auch. Da nicht mehr. Der da war wieder. Und den da war auch noch. Jetzt nicht mehr. Ja, das ist scheiße. Das ist doch kacke, sowas. Komm ich doch nicht hoch. Leute. Komm ich nicht hoch. Weil das ist zu viel. Weißt du? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kann sie genieken. Äh. Oh Gott. Ich lasse es. Oh, jetzt ist es ein Seeluzahntiger. Sehe ich jetzt erst. So. Ähm. Gott. Das zu timen ist kacke. Weil der Laser so ist. Kacke. Ich finde das kacke. Die erste Runde da war. Den da war auch. Den nicht. Den. Nein. Ach. Ich drücke jetzt kacke. Alles kacke. Aber es könnte so schon gehen. Vielleicht reichen zwei auch. Ich versuche es jetzt mit zweien. Müsste gehen. Das ist ja nicht viel, was fehlte. Drei komme ich auf jeden Fall drauf. Die auch. Die auch. Oh Gott. Äh. Jetzt nicht mehr. Dankeschön. Moment. Ich versuche es nochmal, ja? Bewegt euch nicht zu schnell. Das ist... Sowas finde ich anstrengend. Das ist... Vor allem bei dem Wetter. Bei der Hitze. Bei der schwülen Hitze. Das ist echt... Oh, wieso ist einer schneller? Das heißt, je nach Gewicht seid ihr dann schneller? Auch eine coole Sache. Ja, jetzt mal gucken. Müsste gehen. Oder auch nicht. Einer fehlt. Ne. Einer fehlt. Ich kann aber auch eigentlich alle auf drei schieben lassen, ne? Drei müsst ihr auch noch rücken. Oder? Geht das? Auf drei? Alle auf dreier Höhe? Vielleicht mache ich mir das einfach zu kompliziert. Auf drei geht auch. Klar, machen wir auf drei. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und hart machen. Hart. Mach ihn hart. Das klingt so falsch. So, und jetzt aber... Jetzt müsste das doch gehen, oder? Ich habe das viel zu komplizierte da gemacht. Guck mal. Wahrscheinlich der letzte noch auf vier oder so, aber... Ja, geht doch. Es ist wie, du dein eigenes persönliche Zoo hast. Kinder lieben Zoo, richtig? Verdammt. Ich komme da noch mal drauf. Ich möchte da drauf. Ich möchte da drauf. Ich möchte nicht nur eine Runde verschwenden. Ich stelle mir das immer zu kompliziert vor. Wieso wollte ich eine Treppe machen? Ich kann doch einfach alle... Das ist... Das ist mein kompliziertes Denken. Ich denke manchmal viel zu kompliziert. So, ab, da drauf. Nein, jetzt halte ich wieder. Nein, oder? Wieso? Achso, ich habe... Ah, jetzt verschwindet es erst. Okay. Wahrscheinlich brauche ich hier vier oder so. Okay, da brauche ich vier, fünf. Oh, was eine schlimme Realität. Beim letzten brauche ich fünf. Ja, genau. Der fängt da an. So, und die lassen wir jetzt hart. Wobei... Da haben wir noch einen kaputt. So. So. Mach langsam. So, so müsste das doch alles schon hinhauen. Wieso wollte ich das anfangs so kompliziert? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Das tut mir auch leid. Die Facepalms möchte ich alle nicht sehen. Oh. Oh. Das ist echt nicht schön. Aber hey, ich habe es geschafft. Endlich. Den ganzen Raum hier hat zehn Minuten gebraucht. Oh Mann. Oh Mann. Hallo. Unsere Zeitraveller haben uns in den Feudal-Japan, wo sie ein sehr starkes Liebling an Ike genommen haben. Ich hoffe, sie zu einem kleinen, süßen, süßen, süßen Kreaturen, die das presentiert hat. Du hast ein süßes Unterrauschwert. Ah, da ist ein Ninja in diesem Bild. Du kannst ihn einfach nicht sehen. Hm. Wer ist ein Ninja? Ja, man kann ihn nicht sehen. Das ist unglaublich. So, wieder alles voll mit Metall hier. Oh. Bei den Rittern waren sie also auch. Ich kann mich zurück in Zeit lang nachher nachher finden, um die fabelte, loste Stadt von Gold. Ritter, ich so. Wir haben es nie gefunden. Und zu ehrlich sein, die loste Stadt von Bronze und Silber waren wirklich nicht so beeindruckend. Könnte es schlimmer gewesen sein, ich glaube. Das ist, äh, ne, die andere Zeit, nicht Ritterzeit. Ich habe nur den Helm gesehen. Was war hier? Ich habe den Zeitnamen vergessen. Verdammt. So. Blockparty der Roboter. Okay. Mal schauen. What the fuck? Okay. Äh. Was sind denn hier? Ich denke mal, ich muss die Zeit verlangen werden. Und mir die Dinger klauen. Dann habe ich schon mal zwei Dinger hier. Ja, zwei Dinger habe ich dann. Perfekt. Besser geht es noch nicht. Achso, und ihr kommt jetzt hier raus. Und dann? Haut ihr euch gegenseitig? Ui. Dann weiß es sogar, was zu tun ist. Halt ein Blick auf den Aktivationbeam. Ja, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Gib mir mal einen Karton, gib mir den Karton, gib mir den Karton, gib mir den Karton, gib mir den Karton. Gib ihn mir. Du sollst wirklich aus der Weg bleiben. Und dann? Oh. Oh, 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 oh. Du sollst wirklich aus der Weg weg bringen. Ich muss das auslassen. Jetzt kommt natürlich kein neuer. Weil... deswegen. Könnte ich mir theoretisch... Moment, ich möchte Kartons haben. Könnte ich mir genug klauen? Dass sie nicht mitgenommen werden? Nein! Nimmt er den mit? Geht das theoretisch? Ich krieg hier immer wieder neue Kartons. Dass ich mir den hier aufstellen kann, weißt du? So. So nimmt er den bestimmt mit. Warte, gib mir den Karton noch. Nicht wegschmeißen. Nichts gutes Zeug. Nein, nein! Das ist echt... Aua! 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 Geht das nicht? Also theoretisch... Theoretisch müsste das doch voll gehen. Müsste doch voll klar gehen eigentlich. Kann ich den doch nicht aufpassen? Ja, das geht doch nicht. Geht mir doch alles erleichtern hier. Warte, du hast Kartons, ne? Ne, hab dir gar nicht. Aber hier haben wir noch einen. Den nehmen wir mal. So, da kann die nämlich da rein glitschen. Und dann sind die auch raus. Tja. Man kann es sich auch einfach machen in dem Spiel. Seht ihr? Wow. Und erschlagen werden von Kartons kann man auch. Ich glaube es soll da rüber. Also da rüber. Gleich der Hand und Weise fliegen. Oh ja, Moment. Da brauche ich dann aber Kartons, du. Da brauche ich Kartons. Das ist voll cool, dass er unendlich fliegen lässt. Na warte, das ist nicht so cool, dass du... So, mach's. So. Gib mir Kartons. Kartons, Kartons, Kartons. Zwei müssten reichen. Oh Gott. Mach die kaputt. Warte, warte, warte. Okay, dann anders. Ich glaube, ich habe es gesehen, wie es geht. Ja, mach kaputt. Ich brauche es ja nicht einfach runter. Oh! Die haben meine Dinger kaputt gemacht, sehe ich gerade. Meine Kartonstapel. Die fliegen da nämlich, glaube ich, gerade. Ne, einer ist nur weg. Okay. Hier gibt es immer eine Batterie. Eik, Eik, gib mir die Batterie. Gib mir die Batterie. Oh, ganz schön. So. Hipp. Flupp. 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 Du bräuchst doch nur Saves, oder nicht? Du bräuchst doch nur. Einen davon. Einen davon. Ich mach gerade eine extra lange Folge. Ob ich das noch schaffen möchte. Was passiert denn, wenn ich den zumache, wenn... Ach, ich muss es versuchen. Gib mir mal den Safe. Dankeschön. Ich möchte mir einfach den Turm hier hochbauen. Das geht nämlich viel simpler, glaube ich. Give me that. Give me that. Give me that. So. Gib mir noch einen. Gib mir den Safe. Dankeschön. Hey, lass mich los. Gib mir den Safe. Das müsste aber heißen jetzt. Müsste theoretisch heißen. So. 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 Ja. Vielleicht noch einen Safe. Einer muss ich vielleicht mal. Äh. Komm mal raus, bitte. Oder ne, weiß ich auch kein Safe. Oh, wenn nicht. Ey, lass meine Couch schon rufen. Oh. Brauche ich doch einen Safe. Oh. Du mein, Safe ist leichter. Flausch. Oh, ich häng ihm Flausch drin. Hehe. Nein. Nein. Komm schon. So. Ich dachte, hier fügt mein Safe nicht laut. Aber... Dem war nicht so. So. Hepp. Hepp. Jetzt häng ich hier so ein bisschen in der Gap. Muss ich aufpassen. Vielleicht auch theoretisch. Kann ich euch nicht benutzen? Das geht! Das geht! Oh, geglitscht. Habt ihr gesehen? Egal. Geht bestimmt anders. Hätte jetzt keine Lust, das rauszukommen. Äh. Ich brauch nen Safe. Oder nen Couch. Alles von beiden brauch ich. Von hier kam ich? Und da sollte ich rüber? Das war's. Dann hätte ich das... Achso, ich hatte die Flauschdimension nicht. Ich konnte nix hochheben. So. Jetzt stellen wir uns einmal hier hin. Nein! Ich dachte, der Balken hält uns noch. Der hält uns nicht. Wir müssen niemals billige Möbel hier haben. Wir hatten das schon. Und ich bin wieder hier oben. Das ist schön. Nehmen wir mal den Hocker hier. Merke? Der Hocker hält... Also der Balken hält uns nicht. Ähm. So. Muss ich nicht da draus springen. Tutentun. Ein bisschen fliegen. Tidididu. Ist schon cool. Muss man ja sagen. So. Bischer. Hier sind Clouds. Habe ich das erwähnt? Wo? Oh. Warte. 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 Ist das Lindt? Ehh. 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 Ja. Und was sich hinter diesem Raum befindet? Sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. located in Hamburg verhaltender ancestrales ASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.'' Vielen Dank.